was geht ab Leute es sehen dass wir da mit der neuen Folge Let's Play Alien Nation so zu wissen dass sie getan Prozent so Stichflammen die Wissenschaftsabteilung hat einen Plan ausgearbeitet wie wir kurz aus ein Xenos Schiff stehlen und das riesige Kraftfeld in Ashland eindringen können leider ist die Xenos gelungen mehrere Ladungen rotes Quecksilber aus Pripyat heraus zu transportieren bevor sie sie zerstören konnten und wir müssen uns um sie kümmern bevor wir den Plan weiter vorantreiben können um da war die Stühle so weit warum lese ich eigentlich die Sachen nicht mehr hier ist viel besser lesbar von hier aus sie ist echt relativ weit weg vom Fernseher deswegen hat die Menschen lesen weil sich kaum erkennen kann vielleicht so wie doch mal wieder im Augenarzt nein naja kumma wuuuui uuuui sooo brrrrrrrrrr brrrrrrrrrrrr brrrrrrrrrrrr brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Mann! Uiuiuiui! Stopp! Feuerspucker! Au, 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 au! Meine Frase! What the fuck? Tot, tot, tot! Hilfe! Now go! Beben! Yay! Wow! Uh! Da kommt irgendwas! Mann! Come on! Over here. Over here. Over here. XP must fire. We're in the middle of the game. We're here. There's a lot of people. I'm sorry. I'm sorry. Huh? Woo! Woo! Hey, caramba! Ich hoffe es war jetzt klug die Herausforderung zu starten. Mann! Mann! Es gibt viele dumme Menschen und euch gehört dazu. Was? Och Mann! Der Raid ist heimgekehrt. Woh! Woh! Oh die reine halt einfach schon weiter der weg so glück hat man so nen tank vorne drin was für ein Hedgehog Es gibt viele dumme Menschen und auch ich gehöre dazu Hey Bobby, ja man lässt mich doch in Ruhe Was ist denn eigentlich von mir? Was ist das? Ah, wir haben ihn geschafft Aber da hat er auch keine Ruhe Oh 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 Es geht nicht ab Revolver 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 Oh 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 Wow! Fuck! Eieieieieee! Weg mit euch! Ah! Mann! Geile Scheiße! Schnell! Hä? Aua! Das ist das letzte Mal zu sehen. Sehr heiße Zeno. Es sieht aus, dass du deine Arbeit fertiggestellt hast, Captain. Wohohohoho, wohoho, Mami, das explodiert auf mich rum. Ich hasse diese Springer, die gehen mir so auf den Keks. Wo bin ich denn jetzt? Verrweck! Das war's für heute. Ja, 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 ja. Das ist knapp, ey! Mamacita! Let's hope this is truly the end! Yes! Beförderung auf Goldliga! Ja gut! Ich hoffe diese Folge hat euch gefallen! Oh, halt mal, halt mal, halt mal, halt mal! Wir haben hier eine neue Ausrüstung! Verkaufen! Verkaufen! Ui, neue Rüstung! Uuu, die hatte ich aber auch noch nicht an! Die hatte ich schon! Die hatte ich schon! Die hatte ich schon! Die hatte ich noch nicht an! Fähigkeitskugelabwürfe, langsamere Plasma-Schnellaufladung! Aber das sieht geil aus! Schnellere Plasma-Schnellaufladung, langsamere Atrium! Achoo! Sorry! Goil! Dem, dem, dem! Bestiarium noch irgendwas Neues! Das ist ein Geist! Ich glaube nicht! Ja gut! Dann hoffe ich diese Folge hat euch gefallen! Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da! Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder! Wenn es wieder heißt, Let's Play Alien Nation! Bis dahin wünsche euch viel Spaß und haut rein! Ciao! Bis dahin! 그러나�로 Giust ab – Auf war! Im油 wehît! Ich bin immer geist! Vielen Dank.